Ich bin Adriano und mache meine Koch-Ausbildung im Parkvotel-Schwert. Ich bin im dritten Lehrjahr und nehme euch jetzt die Medikkoche. Hier seht ihr mich einen Wolfsbarsch filetieren. Dazu ist es richtig gut mit dem Messer umzugehen und alle Geräte aussetzen. Ich liebe meinen Beruf, weil er abwechslungsreich ist, weil ich jeden Tag etwas Neues lerne. Ich habe hier ein super Küchenteam, das mir viel beibringt. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man mit der Lehre fertig ist, kann man auf der ganzen Welt arbeiten. Ein Gast hat das Zürichschnetzel bestellt und ich bereite es für ihn. Ich muss darauf achten, dass alles zusammen fertig wird und von mir schön angerichtet wird. Ich mache meine Lehre gerne im Parkvotel-Schwert, weil ich gut ausbildet werde. Da habe ich auch gute Kollegen gefunden, die mich unterstützen. Ich habe hier ein Personalzimmer und wenn ich Pause habe, gehe ich gerne ansehen. Als Voraussetzung für den Beruf soll man kreativ sein, gerne mit Lebensmitteln arbeiten. Ebenfalls sollte man gut mit Strass umgehen können und Teamfacen. Das war mein Rundgang in meiner Küche. Wenn es euch gefallen hat und Interesse hat, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Wir gehen jetzt mal rein. Mit der Voraussetzel bedeutet, wo man muss sich sein! Tiertel! Wir haben noch eine gute Arbeit! Wir kennen die obsession! Wir kennen die Voraussetzel! Wir kennen die Voraussetzel, wir kennen die Voraussetzel! Im Woraussetzel-Bowse wachsen! Wir kennen die Voraussetzel! Wir kennen die Voraussetzel!